Na Heinz, das war mal wieder lustig, wa? Mal hier so ein paar Gedichte zu lesen. Ich finde das ja schön eigentlich. Ich finde das eigentlich schön, mal so Gedichte so vorzutragen und mit Innenbrunst ein bisschen theatralisch zu sein. Das macht mir Spaß. Ja Heinz, du siehst meine Zähne immer noch, ne? Du weißt ja, dass ich immer noch in Behandlung bin. Jetzt haben die da so eine Haken reingemacht und das muss fest werden und den krieg ich da unten meine Implantate drin. Das andere haben sie alles gemacht. Siehst du das? Naja, ich kann dir das bei Gelegenheit zeigen. Ich will das hier nicht ausschmücken. In 14 Tagen krieg ich das. Meine restlichen Zehnchen Heinz. Und dann bin ich richtig schick. Und dann hoffe ich mal, dass der Alpenclub aufmacht und dass wir da wieder hingehen können. Ja? Wo ich die Zehner verloren habe? Naja. Also Miki hat die sich mit der Tasse ausgeschlagen, aber mir hat die eher im Alpenclub rausgekommen.